Die Ausufernde Überwachung und Kontrolle gefährdet unsere Sicherheit und Freiheit. Mehr Freiheit, mehr Bürgerrecht und mehr Raum für uns. Die Regierende Politik hat bisher nicht verstanden, was Informationsgesellschaft bedeutet. Wir kämpfen für Demokratie, für Transparenz und für bürgerliche Freiheit. Ich möchte nicht überwacht werden. Ich möchte auch keine Zensur im Internet. Die Überwachungsmaßnahmen und Repressionsmaßnahmen werden immer erst an den Schwachen ausprobiert und dann treffen sie uns alle. Jetzt zu sagen wir voll Teufel! Unser Kampf hat gerade erst begonnen. Die Freiheit werden wir uns nehmen. Freiheit steht ganz europaweit. Wir als Deutsche wissen nur zu gut. Wie fragil eine Demokratie ist. Berlin, Potsdamer Platz. 13 Uhr geht's los. Da will ich euch alle sehen. Bis dann. Berlin, Potsdamer Platz. 13 Uhr geht's los. Ja, wir sind sie. Berlin, Potsdamer Platz. 13 Uhr geht's los. Dann ist die Ab Wie fragilые Clos POWP zu können. Telefon Mutter재 Brnitsch. Das ist ein Assim цветet.